Deutschland verliert gegen Belgien mit 2 zu 3 und offenbart dabei vor allem in der ersten Halbzeit katastrophale Schwächen. Bis ungefähr zur 30. Minute war die Abwehr quasi nicht vorhanden. Keine Absicherung, extrem konteranfällig, schwaches Positionsspiel, schlechtes Timing. Da kann man wirklich wenig bis gar nichts schön reden. Die rechte Seite war dabei übrigens besonders anfällig. Da hat Wolf in der einen oder anderen Situation leider die falschen Entscheidungen getroffen. Was dann immerhin in der zweiten Halbzeit zum Glück deutlich besser geklappt hat. Aber ohne Witz, gerade die ersten 20 Minuten, was war da bitte los? Ich meine, nach 9 Minuten liegt man einfach mal mit 0-2 hinten. Und zwischendurch fliegt uns dann sogar noch ein eigener Eckball um die Ohren. Anschließend ist es ein Wunder, dass Luque Bakio nicht das 3 zu 0 macht. Kurz danach trifft Belgien die Latte. Mit ein bisschen Pech liegt man hier nach 20 Minuten vielleicht auch 0-4 hinten. Und auch was das Spiel nach vorne angeht, viel zu viele Abstimmungsfehler, das Kombinationsspiel zu langsam, die Ideen einfach nur schlecht. Dass es dann in der ersten Halbzeit unabhängig von der Verletzung von Leon Goretzka noch zu einem weiteren Wechsel kam, spricht ganz klar Bände. Aber mit Emre Can kam dann auch genau der richtige Spieler rein. Er hat sich direkt reingeworfen, er hat der Defensive direkt mal ein bisschen mehr Stabilität gegeben und mit starken Zweikämpfen absolut überzeugt. Er hat seine Chance in dieser Länderspielpause richtig gut genutzt, wie ich finde. Und gleiches gilt aber auch für Felix Metcher, der ebenfalls großen Anteil daran hatte, dass die Defensive deutlich an Stabilität gewonnen hat. Die ja bis vor diesen Wechseln wirklich maximal gruselig war. Mit das Schlechteste, was wir bei Deutschland unter Flick bisher gesehen haben. Muss man einfach so sagen. Ganz wichtig für Deutschland war dann, dass man kurz vor der Halbzeit noch einen berechtigten Handelfmeter bekommen hat. Der Kopfball von Füllkrug wäre aufs Tor gegangen, da gibt es keine Diskussion. Und so kam man dann vor der Pause wenigstens noch zum Anschlusstreffer. Und dann ist es passiert, womit ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich gerechnet hätte. Denn in der zweiten Hälfte hat Deutschland die wirklich bestmögliche Reaktion gezeigt. Die Kontrolle übernommen, viel Zug zum Tor entwickelt, sehr viele Torchancen auch dabei gehabt. Die Defensive war dann deutlich stabiler. Da hat die Nationalmannschaft dann eigentlich fast nichts mehr zugelassen. Unglücklicherweise machte Bräune dann doch das 3 zu 1 für Belgien mit der ersten Möglichkeit der Belgier in Durchgang 2. Aber, und das muss man der Mannschaft heute lassen, die Einstellung in der zweiten Halbzeit, der Kampfgeist, der Wille, die Leidenschaft, hier noch das Unentschieden holen zu wollen, war definitiv da. Gnabry schafft es dann noch, wenigstens in der Schlussphase immerhin den verdienten Anschlusstreffer zu erzielen. Und da hat man dann nochmal richtig gemerkt, die Mannschaft wollte unbedingt noch das 3 zu 3. Welches meiner Meinung nach im Großen und Ganzen nach 90 Minuten auch absolut verdient gewesen wäre. Aber es sollte einfach nicht sein. Beziehungsweise sagen wir es mal so, nach den ersten 20 Minuten kann man froh sein, dass man hier überhaupt nochmal so weit gekommen ist, dass ein Unentschieden möglich war. Naja, im Großen und Ganzen kann man festhalten, die erste Halbzeit war komplett zum Vergessen und muss dringend analysiert und aufgearbeitet werden. Aber was wir in Hälfte 2 gesehen haben, war dann genau das, was wir von dieser Mannschaft erwarten. Und genau davon wollen wir in Zukunft doch gerne mal wieder mehr sehen. Im Großen und Ganzen würde ich heute bei Deutschland Kimmich, Emre Can und Serge Gnabry hervorheben. Die drei haben in meinen Augen heute den besten Eindruck hinterlassen. Ja, und bei Belgien ganz klar, Kevin De Bruyne hat den Unterschied gemacht, hat die deutsche Abwehr vor Probleme gestellt, war an allen drei Toren direkt beteiligt. Was man unserer Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen zugute halten kann, ist, dass wir mit Innenverteidiger Nummer 4 und 5 aufgelaufen sind. Und das macht dann schon einen Unterschied und den hat man gemerkt. Nichtsdestotrotz, hinten heraus war die Leistung dann insgesamt ganz solide. Das Ergebnis ist natürlich nicht so toll, aber aufgrund der ersten 20 Minuten muss man damit leben. Und ja, an der Stelle seid natürlich wie immer ihr gefragt, wie habt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Belgien gesehen? Schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt. Ein Ball.